...die Leute hier bei einem neuen Sprechner Zimmernäck-Aufdischung-Malgie, zwei Stunden unter der Westen, die schönsten war ich sonst. Wenn ihr also Karten würdet, sind wir uns dann an Katzenlärm, dann haben wir auch die Kälte einmal in das Konzert nochmal abweilen mit Justins Westen-Malgie, der war da auch dabei sein, not a bad thing, wir spielen euch jetzt. Schön, das dann. Schön, das dann.